Atletico Madrid hatte nach dem knappen Halbfinaleinzug in der Europa League in der spanischen Primera Division den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Der zehnmalige Meister gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Abstiegskandidat Ud. Levante 3 zu 0 1 zu 0 und bleibt mit 71 Punkten Elfzähler hinter Spitzenreiter FC Barcelona zurück. Barca hatte bereits am Samstag den FC Valencia 2 zu 1 1 zu 0 bezwungen. Angel Correa 33, Antoine Griezmann 48 und Fernando Torres 77 mit seinem 100. Liga-Tor für Atletico trafen für den Hauptstadtclub, der am Donnerstag trotz einer 0 zu 1 Niederlage bei Sporting Lissabon unter die letzten vier des kleinen Europapokals gelangt war.